hallo und herzlich willkommen zurück zu occupy mars also ich bin jetzt voll bis um oberkante unterlippe da muss irgendwas bauen und ich habe gesehen ich könnte vielleicht das ding bauen die werkstatt das weder man anfangen glaube das machen wir auch was erinnert mich daran dass ich immer schön meine wasserflasche auffüllen so stehe ich das ding händen wohnen für platz das würde ich sagen also hier ist platz aber ja hier sind die anschlüsse kann ich noch einen dahinter bauen jetzt strom von daten wasser jonas nicht mehr gefallen so hier ist das aber man kriegt der punkte für moment technikbaum wenn ich was baue wo komme ich denn hier kriegt dann vier punkte 9,88 1 15 268 ja botanik wohl eher nicht ne wir werden das ja gleich sehen wenn ich brauche ich das ding ab baust wieder hin baust wieder ab so lange bis ich genug punkte habe ja wie bei arg jetzt habe ich mir natürlich die zahlen nicht gemerkt hier malen kann ich nicht okay aber dann gucken wir noch mal rein technikbaum 1 15 das ist gleiche materialien 10,23 habe ich da habe ich mehr gekriegt ja richtig 10,23 ok dann weise ich das ding wieder ab ist ja ein bisschen gecheatet dann baust du dahin dauert aber auch ewig und drei tage dann sauerstoffanschluss mit drin ja wenn das mal jetzt nicht punkte geht 10,23 waren es ne ja 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 dauert ein bisschen okay und jetzt wieder aufbauen war das so so irgendwie hier hin da ist hinten platz und vorne platz wieder aufbauen warte 10,23 technikbaum immer noch 10,23 aber schon war gemein naja was halt so das ist da ist auch wir sind das die okie-dokie also wenn ich hier anbauen würde wo würde ich denn anbauen die richtung oder die andere die ja hier kommt ein kleiner hügel das wird vielleicht ein bisschen doof also brauche ich hier eine schleuse wenn ich das kann kann keine schleuse bauen warum doch da luftschleuse 2 ok kringel hin mal richtig toll so wir haben unser erstes habitat bedeutet strom ist die nummer wir machen erstmal strom ran ok und dann gucken wir weiter zack jetzt haben wir strom kommen wir jetzt sind hier schon hinein was verbraucher so struktur hat fünf braucht 15 er wäre hier nicht reichen ok aber kann ich denn mehrere von diesen dingen daran machen was ist das transformator ich glaube den muss ich bauen was das co2 wäscher so habe ich den denn werkstatt drunter oder werkstatt trocker ist kein co2 wäscher moment das ding das ding ne transformator ok den baue ich was weiß ich denn so vielleicht direkt dahinter kabel raus kabel raus kommt dann hier kommt dann hier rum nehme ich mal an hier brauche ich dann noch ein kabel mal hier bitte und hier auf die wo ist die 1 auf die 1 ja ist ja geil ok auf jeden fall brauche ich noch mehr von diesen solarpennen minimum ähm so warte ja so ein daneben ne weil ich gehe mal so und jetzt langsam rückwärts bis es passt irgendwie passt es da nicht weil hier rein hin rein hin warum kriege ich hier keinen dazwischen weil der schon ausgerichtet ist oder was ähm ja dann ich mich hinten rum so ok ok solarpanel jetzt müsste das gehen tut's auch jetzt hier noch einen hin hm 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 ja erstmal reichen number one vier stück mehr passt ja nicht an transformator ran ne galerie kann ich ja noch keine bauen will ich weiß mal wieder 16 uhr hier noch nichts gemacht und schon wieder 16 Uhr der v15 ich krieg hier raus 20 da brauche ich so viel da drin auch nicht zu bauen neun punkt gericht so kommt ihr hin dann ja dann dann der nächste kommt daneben dann hätte man sich nicht ausdenken können ne so dann dann noch einen okay und den letzten okay und den letzten hier noch wasseranschluss ne ja was packe ich mal da hinten hin das müsste noch gehen um 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 ne wo sind jetzt noch hallo ist das zu lang und nicht gut das ist nicht gut nicht genügend kabel ja stimmt ich hatte hier die kabel gar nicht rausgenommen also das Ding da da waren ja noch welche drin wieso dann sollte das doch reichen so nochmal bub 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 nervt mich nicht okay wo sind jetzt hallo wo sind mein korbel hin so und 151 meter okay jetzt aber jetzt geht's okay was denn jetzt los ziehe das kabel hä ich hab nur 251 meter kabel hä ne nicht dein ernst oder ok dann musst du weg dann bräuchte ich hier genau oben an ich hoffe das geht da 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 kommt noch wasser raus und ich habe ein problem natürlich jetzt wieder dunkel und dann kommt nix raus oh man ok Kabel ziehen natürlich kein Wasser drin nee weil kein Strom ist das Ding so weit weg ok boah hatte ich nicht muss mal gucken ob ich da nicht vielleicht noch ein paar von diesen Kabel zu machen kann kommen wir her Produktion 0 ja klar aber Strom müsste das Ding haben ich guck mal ob ich so Kabel bauen kann Wasserflaschen Dingenspups jetzt geht doch darin kann ich sowas bauen hier kein Aluminium wer hätte das gedacht dass ich Aluminium brauche boah kacke nee wir gucken jetzt noch kurz an wie es da drin aussieht Sauerstoff dürfte da ja keiner drin sein außer ich baue jetzt diesen Dingenspup achso Warnung vor niedrigem Druck aber Strom haste oder wie kein Strom kein Strom keine Struktur entdeckt ok warte wo ist das Ding da CO2 Wäscher und jetzt mal da hin ich kann den auch bauen ja 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 Schlafanzug jetzt danach mal Gewitter konnte ich auch nichts machen ok ja der hat natürlich jetzt kein Wasser ne so muss ich dich aufdrehen ja dich auch und hier ja wer weiß sauerstoffproduktion 35 getuttel sauerstoffproduktion 766 966 635 also 966 ist das beste so 966 7 Kilowatt oh 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 geh auf du hast doch Strom geh auf 22 19 das nicht gut ja ja ok wenn ich jetzt hier drauf gucke mhm Struktur braucht 15 ok minus 51 Grad ei 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 schnell ins Bett Tür zu wie immer bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten Mal gehabt euch gut und tschüss